Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen! Herzlich Willkommen zurück zu Barland 2 mit der Lissi! Hallo ihr Lieben! Unserem Elben-Girl. Miau! So wir fangen los, haben wir gesagt. Ein ätherisches Wesen. Ja, ja, ja. Ich bin ein Globuli-Wesen. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ein Globuli? Ja. Wir müssen da auf die andere Seite. Wie kommen wir denn da hin? Wie kommen wir denn hier irgendwie da hin? Auf die andere Seite. Geh nicht ins Licht. Ist hier nicht ein Fahrstuhl? Wir müssen über die Mauer. Oh, was ist das? Eine Schatulle? Eine Schat... Hier ist ein Aufzug. Ja, da war, da war Eridium drin. Du hättest mich geschlagen, wenn ich das jetzt nicht mitgenommen hätte. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen. Waaaah! Scheint zum Ende hinzugehen. Ich hab Angst. Ja. Hast du Angst vor dem Ende? Manchmal? Aber nur manchmal. Waaaah! Das ist schon wieder ein Ziel, ja. Aber nur manchmal. Nicht mal. Scheiße, ja. Ein bisschen haue gern. Hau, hau, hau. Hau, hau, hau. Schreien die denn so? Wie war das nochmal? Ach so, war das. Alles klar. F. Oh, was? Ich kämpfe. Was ist denn hier los? Kämpfe weiter! Ruhig bleiben! Für das Gute! Danke! Hau, 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 hau. Hau, hau. Du musst die andere Waffen nehmen. Ein sprödes Skelett. Sei doch noch nicht so spröde. Nehm dich ein! Warum hat der... Wer hat mich jetzt gerade umgebracht? Das war bestimmt wieder ein blöder... Boah! 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 Ein blöder Seah. Ein sehr blöder Seah. Ein sehr blöder Seah. Ein sehr blöder Seah, genau. Oh, du bist wieder so geistreich heute. Ja. Ich muss ja irgendwie auf deinem Niveau kommen. Ich hab vorhin... Wenn ich jetzt von einem Let's Play von dir rede, ich weiß gar nicht, ob das noch läuft in diese Folge rauskommt. Äh... Nochmal bitte? Wenn ich jetzt von einem Let's Play von dir rede, dann weiß ich gar nicht, ob das überhaupt noch läuft, wenn diese Folge rauskommt. Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Wieso? Wahrscheinlich nicht. Ich habe dieses Krankenhausspiel, da gucke ich manchmal rein. Boah! Das ist lustig. Ich muss ganz ehrlich sagen, der dritte Teil, äh, der... Ist sehr anstrengend gerade. Ja? Warum? Ich weiß auch nicht. Die Story, die ist so... Und die Spiele, die sind so... Was soll ich sagen? Ich finde das Atmen auf der Neugeborenen schon sehr gut. Ja, schön, ne? Atme, Baby, atme. Da ist was, Lianis! Eridium! Was? Das ist doch noch was Rotes. Der Tür weg. Ihr knackt noch irgendwas? Ist hier noch was am Leben? Ja! Da ist noch ein Seer! Ich wusste es doch! Komm, Baby! Komm, Baby! Nein, ich bin gleich tot! Oh, ich hau ab! Schnell weg! Oh, er schreit! Ah! Er ist böse! Er schreit! Ah! Lauf, Mädchen! Lauf! Lauf, Forest! Run, Forest! Run! Was ist denn hier schon wieder? Was ist denn hier schon wieder? Oh, nicht einmal getroffen! Ist ja traurig! Ja, die Zwerge sind kacke. Ja! Seilen, sie stehen direkt vor einem! Ja! Manno! Ist jetzt Schluss hier! Aus! Da amüsiert er sich wieder! Was? Von mir der Charakter, aber er lacht so! Achso! So, Schluss! Aus jetzt hier! Aus! 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 Agony! Ivory! Living in perfect harmony! Was? Was? Agony! Ivory! Living in perfect harmony! Gibt keinen Sinn, aber macht ja nichts! Er fragt schon nach einem Sinn! Eben! Freilige Biesel! Let's play! Kämpfe für mich! Skelett-Bogenschützer! Okay, sterbe für mich! Keine Bewegung! Bad, 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 bad ass! Oh, der ist noch auf unserer Seite, aber nicht mehr lange! Bad, bad, bad ass! Bad, bad, bad ass! Ein böser Arsch! Heute singst du! Geile Pfeil! Ah! Kämpfe gegen die Ammann! Jawoll! Hau ihn! Schlag ihn! Gib ihm böse Namen! Na! Pantoffel-Tierchen! Ah! Tier-Tier-Namen, ja! Ah, Mann! Widerbogenschützer! Pantoffel-Tierchen! Ja! Mochte ich sehr gerne im Biose! Ja, die sind doch, ehrlich sind die ganz niedlich, ne? Ja! Vor allem ihr Name, Pantoffel-Tierchen! Ja! Das ist total süß! Ich möchte gerne als Haustier! Ich halte mir ein Pantoffel-Tierchen! Och, wer weiß... Ich weiß noch nie, wo es ist! Ja, eben! Wahrscheinlich hast du sogar schon eins! Das kann sehr gut sein! Was auch sehr anspruchslos ist, ist die gemeine Hausstaubmilbe! Ja! An erschienen Roland, um in ein paar Ärsche zu treten! In dies! Tina, hör auf damit! Ich vermisse Roland am meisten, aber du kannst nicht ewig laufen! Ja, Mädchen, ist schon cool! Plötzlich unterbricht ich ein Schmerzesschrei in der Ferne! Gehe her! Befreit mich! Oh nein, die Königin! Nein! Erstmal die Gefangene! Ach so, ja, ja! Aber ist die Königin nicht die Gefangene? Okay! Das weiß man nicht! Ja, Frau auch nicht! Okay, wir müssen hier runter! Yippie! Yay! Aua, aua, aua! Aufgeschrammt! Heart of Nightmares! Oh nein! Da ist die Gefangene! Na gut! Würfelt aus, wer mit dir redet! Ach guck mal! Bitte nicht ruhig! Nein! Richtig! Richtig! Sie ist die Einzige, die uns hier Haus bringen kann! Schlag die Gefangene! Ich rede mit der Gefangene! Danke, Brick! Ja, danke! Befreit mich! Dann zeige ich euch den Weg zum Bergfried meines Vaters! Klar! Wieso nicht? Okay! Entferne die Fesseln! Wow! Endlich! Ich bin frei! Und kann mich an der ganzen Welt lassen! Hahaha! Wow! Überraschung! Die Tochter! Die Tochter! Die Tochter! Ach, Brick! Du bist so weise! Ach, Brick! Du bist so weise! Ich habe euch nur aus allem Grund die beiden ganz schön gesperrt, damit ihr das tut, was ihr gerade getan habt! Also viel Spaß beim Sterben durch die Hand meiner völlig durchgeknallten Tochter! Okay, komm! Oh, die ist geschildet! Dove Kuh! Weißt du, wie ihr da ist? Nicht schilden! Ach so, jetzt kommen die Kleinen! Etz! Etz! Eee! Mordotz! Mordotz! Wart nach! Ist die schon wieder tot? Die sterben zu schnell, die Spinnen! Naja, das... Dein, 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 dein Skill ist einfach nützlich! Mannooo! Ich will... Nicht nur dein Skill! Boah! Ihhh! Geh weg! Boah! Du kämpfst wie eine Kuh! Ihhh! Ich hab die Netze auf der Kamera! Pew, 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 pew! Ich bin nur mit Bogen! Ja, mach auch selten! Munition ist alle! Äh, nur ne andere Waffe! Mann! Oh, ich weiß nicht! Munition ist alle! Ich hab kein Mitleid mit dir! Ich hab kein Mitleid mit dir! Kann ich mir mal umnehmen! Ne, sie sagt, ich, äh, ich brauch euer Mitleid nicht! Okay! Blitzschlag! Hä? Was war das denn? Hast du gerade? Blitzschlag! Ja! Das klang totales Kaffee! Kam nur auf dem Lingo und klang total, als wäre hier einer im Discord! Hahahaha! Vorsicht! Vor den büßen Hexern im Discord! Hahahaha! Blitzschlag! Bei der Macht des Mondes! Hahahaha! Sailor Moon! Ja! Die heilt sich! Die heilt sich! Die blöde Kuh! Boah! Was? Feuertun! Ah! Blitzschlag! Blitzschlag! Hahahaha! Oh, was ist das denn? Oh mein Gott! Hilfe! Oh, jetzt hab ich aber gerade meinen Ekel ganz gewaltig! Hahahaha! Danke! Hahahaha! Das war ja eklig mit den kleinen Spinnen auf dem Boden! Alter, wie du dich heilt, ey! Hör auf dich zu heilen, du blöde Kuh! Blöde Kuh! Blöde Kuh! Du! Oh nein! Warum töte sie? Ich seh gerade nichts! Wo ist sie denn? Hier sind überall Feinde, also theoretisch. Ah! Hau ab, Spinne! Ja! Ah! Ah! Wo, 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 wo? Da ist Roland? Ach, da! Ah! Ja, aber besser! Komm auf, brauchst du mich ja nicht! Ah! Nee! Sagst du wieso nicht! Ah! Alles klar! Halt! Ich hab genug! So, ist gut jetzt hier? Ist gut? Scheiße! Oh, weißt du was? Kommt einfach rauf! Aber diesmal wirklich! Ich gebe den Aufzug frei! Du bist aber großzügig! Mussten wir die Tochter des Hexers wirklich auf dieser Art umbringen? Sie... Sie war vielleicht gar nicht so böse, wie man meinen konnte. Puh! Was? Nee, nee! Die Tochter des Hexers ist die Schlimmste von allen! Ohne sie wäre alles prima gelaufen und niemand hätte sterben müssen! Puh, Tina! Guck mal, hängt bei dir diese Spinne? Macht die auch Breakdance hier? Welche Spinne? Die hier! Direkt vor meiner Nase! Da ist keine Spinne! Achso, bei mir macht hier eine Spinne Breakdance! Ja, bei mir ist da keine Spinne! Bei mir macht die Breakdance! Exklusiver Content! Was ist denn mit Roland? Warum kommt Roland nicht mit? Können wir mit ihm sprechen? Roland? Ich nehme einen anderen Weg! Wir sehen uns! Achso! Alles klar! Alles klar! Wir nehmen einen anderen Weg! Na gut! Wahrscheinlich eine Abkürzung! Fahrstuhl oder sowas! Wahrscheinlich! Ne, den Fahrstuhl nehmen wir! Jetzt willst du mal würfeln! Oder soll ich würfeln? Äh... Ja, schmeiß mal einen! Ja! 13, ne? Super! Ähm... Toll gewürfelt! Boah, ey, das ist ja der... Großartig! Hammer! Wobei, die eine könnte ich gleich mal ihm ausprobieren! Vielleicht bringt die ja sogar was! Das sind Granaten-Mutz! Granaten! Warte mal! Warte, ich bin im Dingsbums drin! Warte mal eben ganz kurz! Zwei... Ah, 2800! Das ist ja... Das ist ne Pumpgun! Ne Schrote! Ach, ist egal! Was machst du für Geräusche? Verdammt normal! Er hat übers Gesicht geleckt, als du... Iiiiih! Was, mir? Ja! Jetzt noch! Oh, Dragon Keep! Alles klar! Ja! Ihr habt den Turm erreicht! Jetzt kann ich von meinem Balkon aus zuschauen! Wir schreien, denn einzelne blutende Teilchen zerrissen werden! Oh! Verdammt, Tina! Das war aber ganz schön explizit! Schimpf nicht auf den Spieler! Schimpf auf das Spiel! Oh! Ein roter Drache! Den können wir wahrscheinlich noch gar nicht angreifen, oder? Der ist noch nicht dicht genug dran! Das ist noch nicht dicht genug! The Handsome Tower! Hey, mein Turm! Und nen lila Drahtner! Wenn meine Männer in die Zelle eurer kostbaren Königin eindringen und sie ermorden! Viel Glück dabei, dass... Münzen für Patronen! Patronen für München! Damit richtet ihr ne schöne Sauerrei an! Du wirst die Königin doch nicht töten, bevor wir die Chance haben, sie zu retten, Valentina! Gesundheit! Danke! Sorry! Kein Problem! Ey! Also müssen wir die Drachen doch erst töten, ne? Ist klar! Ja, alles! Alles! So! Ich fürchte sagen, dass es echt gleich vorbei ist, wenn ich den ganzen Exer bin! Tja, scheint wirklich so! Aber war... Ah, muss man sagen, war schon sehr lang das Spiel! Ja, nun lobt man noch nicht! Noch sind wir nicht da! Doch, du musst schon resumiert sind! Also eigentlich... Nein! Ich muss nicht! Aber das ist langweil, können wir ja schon sagen! Okay, der ist down, der lila Drache! Ich bin auch down, ja! Alles klar! Ich helfe dir! Ich helfe dir! Die Mutti! Die Mutti, ja! Die Mutti geht mir auch aus! Die geht jetzt ins Theater! Keine Ahnung! Oh, wer kommt da? Ein Badass! Der jetzt für uns kämpft! Der jetzt für uns kämpft! Ach, sehr gut! Oh, wer kommt da? Ein Badass! Badass! Der jetzt für uns kämpft! Das tut mir leid, dass es wieder ein bisschen hakelt! Was tut dir leid? Dass es wieder ein bisschen hakelt war! Hä? Ach, der eigene Drache ist doch da! Das war ja nur der lila Drache, den wir erledigt haben! Ah ja, stimmt! Kann der mal irgendwie stillstehen? Nee, kann er nicht! Schräft ihn doch ganz mal! Warum macht der Skelett sehr nichts? Ich hab ihn doch... Oh Mann! Ich hasse meine Fähigkeit! Blauen Geschütz aufstellen! Jetzt steht da still! Ich muss nachladen! Hast du leckert! Mann, hör auf mit deinem Zauber, du Blödmann! Er hat so einen Zauber an sich! Oh! So, ist der rote Drache! Halt stellen! Bleib, wo du bist! Und tschüss! So! Oh! Oh, jetzt ruckelt es aber! Hallo? Ey! Es gibt ja Leute, die kennen meine PC-Konfiguration! Hier dürfte eigentlich überhaupt nichts ruckeln! Das geht... Technisch gar nicht! Oh, oh, okay! Ich versteh das nicht! Ich auch nicht! Ja, ich ergötze mich daran! Und dann schieß doch, gefälligst auf deine Brüder! Ja! Brüder! Ja, ich ergötze mich daran! Wie süß! Blitzschlag! Hier sind die Re... Sie... Sie reden noch! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Ja, ich lue schon ein bisschen! Ja, ja, mach mal! Ich bin ja nur gleich tot! Warum löscht das Wasser das Feuer nicht? Äh, das ist ein ganz besonderes Wasser hier! Das ist, äh... Feuerwasser! Ja! Schnaps! Oh! Ah! Ah! Da hinten... Also, da hinten liegt ein... Sirenen-Moskel. Ja, das ist ja auch noch ein Drache hier irgendwie, ne? Mensch! Da ist noch ein bisschen leer! Ah! Stop! In the name of love! Achso! Before you break my heart! Das wird jetzt wirklich weh tun! Das macht nichts, wenn's weh tut! Nee? Nee, mir nicht! Wenn's denen weh tut, macht mir das von nichts! Achso! Ah! Ach, Lizy! Ja, verstebst du! Lizy-Poo! Dafür stirbt das Skelett! Sehr gut! Okay, wo ist der Drache? Ich bin spät, ne? Aber okay! Wo ist der Drache? Ach, wo ist der Drache? Ein grüner Drache! Ih, der macht, äh... Spuckschaden hier! Spuckschaden? Spuckschaden! Der Kotz! Komm! Ah, ich kann ihm wenigstens Schaden mit meinem... Dings machen! Das ist ja schon mal was! Wie? Wo ist der denn, der Kleine? Da! Wer hängt? Vielleicht ist er tot! Danke! Bitte! Oh, ein Badass-Feuermagier! Ach, du ahnst es nicht! Oh! 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 Der Feuermagier nennt dich schamlose Hexe! Nein! Nochmal! Der Feuermagier nennt dich schamlose Hexe! Ach so! Ja, weil ich eben Besitz von ihm ergriffen habe! Oh! Bist du besitzergreifend? Ich bin sehr besitzergreifend! Oh! Das wird dir gefallen! Wie? Nur tu! Oh! 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 Klasse Kisten! Nein! Ich liebe Kisten! Nein! Er hat den Leuten befohlen, die Könige doch zu töten! Siehste? Nein! No! Stop! In the name of... No! Wer ist denn dann die Königin? Verdammt nochmal! Angel war ja jetzt die... Äh... Andere? Ich bin die Königin! Oh! Lang lebe die Königin! Du bist doch sowieso die Königin der Herzen! Also bitte! No! Ich schreie doch nicht! Hurra! Geht's noch? Niemand mag schreien, die Menschen! Aber mir fällt auch der ganze Lüge gegen den Boden! Oh! Ist es tatsächlich mal... Wow! Das war tatsächlich mal eine... echte Kiste! Echt! Zu zweit! Ey! Ich glaube es hackt! Ich glaube es hackt! Zwei gegen ein! Ist gemein! Wenn ich hab zu schießen! Schenk es weiter! Halt mir dein Ding nicht ins Gesicht! Mensch! Ich konnte eben nicht sehen! Deine Waffe hast du mir eben voll ins Gesicht gehalten! Ich konnte nicht sehen! Ja, die ist ganz schön groß, meine... Die ist zu groß, verdammt normal! Hahaha! 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 Das hat noch niemand gesagt! Oho! So! Alles klar! Schatulle! Teleportiere dich zur Drachenfischung! Das ist grandios! Ah, da ist der Teleport! Wow! 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 Und ich würde sagen, danach beenden wir die Folge! Also wenn wir da drin sind für den... Das wird wahrscheinlich der Endkampf sein! Und ich starte mal das Spiel neu! Damit das mal... Okay! ... aufhört hier! Weil den Endkampf möchte ich nicht ruckelnd erleben! Bitte nicht! Na, das muss auch nicht sein! Nee! Ist mir überhaupt noch irgendwas übrig gelassen? Nö! Ich merke das schon! Alles meins! Das Gefühl des Einzelkind! Alles meins! Ich krieg immer was ich will! Oho! Hahaha! Da! Da haben wir jetzt mal höchstens Zeit für ein bisschen Erziehung, ne? Nix da! So! Ich teleportiere! Oh! Wo bist du? Da hab ich teleportiert! Rechtzeitig um unvorstellbar qualvoll sterben zu dürfen! Oh! Hier ist er! Der große Boss! Wollt ihr wirklich nicht auf Roland warten? Wir können nicht auf ihn warten! Nein! 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 Ähm! Scheiße! Ähm! Okay, egal! Wir gehen jetzt! Wir machen das jetzt! Okay! Wir ziehen jetzt durch! Ja! Wir machen halt eine sehr lange draus! Ähm! Okay! Der Schild ist momentan! Ja! Du zuerst! Mein Papa! So! Schild ist down! Aber schön wie er eben auf den Geschütz gegangen ist! Das lenkt ihn schön ab! Ja! Oh nein! Blitzschlag! Ich liebe das! Blitzschlag! Was? Nekrotische Hexer? Ja! 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 Der beschwert jetzt also das Fehler, der sie die ganze Zeit! Stimmt! Ja! 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 Ich kann mit meiner Schrotsche ins Gesicht ziehen! Blitzschlag! Blitzschlag! Ja! Ja! So! Hur! Jetzt spart es bei mir eins gleich rum! Jetzt haben wir einen... jetzt haben wir einen dämonischen Hexer! Ähm! Geht's denn noch? Was geht noch? Du hast wenn bei dir spackt irgendwas rum? Ne! Ja ähm! es hat ein Skilets rumgespackt! Sonst nichts. Alles in Ordnung. Geh noch mal runter von der Mose-Boss hier. Oh, jetzt war's mit der Shotgun. Wäre seinen eigenen Drachen eben grad Schaden gemacht? Und zu meinem Nächsten! Eure Kampagne endet hier! Ich wäre auf euren Arsch in die Miene. Eure Kampagne endet hier, hat er eben grade bei mir gesagt. Hecht?! Eure Kampagne endet hier! Nein, du Spielverderber! Nein, du Spielverderber! Okay, welcher Drachen will getötet werden? Jetzt haut er ab? Verdammt, nein! Nichts zu töten hier! Ich rette dich! Warte, da hinten ist er, okay. Danke! Bitte! Der ist doch doch down! Ja! Geschafft! Der Henn zum Hexer ist tot! Und ratet's, wenn er zur Siegesparty kommt! Unser allerliebster und besiegbarer Ritter, Roland! Tito, es reicht jetzt echt! Geschafft! Wir haben gewonnen! Und Roland kam vorbei und war echt happy! Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute! Ende! Hör auf! Du weißt, was Jack mit Roland gemacht hat! Ich hör nichts! Sie hat recht, Tina! Also wollt ihr noch ein paar Nebenquests, oder? Du musst dich damit abfinden! Roland ist tot! Ich weiß! Aber es ist meine Geschichte! Und... Weißt du was? Ist schon gut. Er muss ja nicht weg sein. Nicht solange du es nicht willst! Ja! Mach weiter! Ich will wirklich wissen, wie die Geschichte ausgeht! Danke! Als der tödliche Zauber des Hexers auf den ahnungslosen Ritter zuwirbelte, war klar, dass nur ein Wunder ihn retten würde! Aber glücklicherweise... Passierte genau das! Ein Wunder! ... Blut-Wing! 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 Ja, war gut! Mir hat der Teil gefallen, wo wir ihn getötet haben. Ja, war geil. Mordecai? Ja, war irgendwie gar nicht so übel. Mordecai. Aber vergesst nicht, die Königin ist immer noch nicht frei. Oh mein Gott. Was bringt das? Okay, dann gehen wir jetzt zur Königin. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich ist sie das selbe. Wenn ihr über die Leichen der Unglücksritter steigt, die versucht haben, die Königin zu töten, wisst ihr, dass ihr hier richtig seid. Denn wer sonst könnte der Welt das Licht zurückbringen? Wer, wenn nicht die schönste, bezauberndste und altmutigste Königin aller Zeiten? Arschgaul! Arschgaul! Batstallion, ist das geil! Ein rosa Einhorn. Ich werde nie mehr. Warum überrascht mich das nicht? Arschgaul. Alles! Wunderschön! Oh, Brick. Oh. Womit? Füttere Arschgaul mit Arschgaul. Und dann? Wöhn. Akku. Die frisst das. Ja. Ein Stamm ihrer Perfektrufe. Ein falsch, wie er edlen Haarbracht. Und Königin Arschgaul darf der Welt ein für allemal das Licht zurückbringen. Oh, schön! Oh! 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 Das ist jetzt ein Arschgaul. Hat die Welt wieder schön gemacht. Oh! Oh! Ende. Oh! Und? Was sagt ihr Leute? Noch mehr. Das war wirklich toll, Tina. Jawoll! Das hat echt Spaß gemacht. Hey Leute, der Spion hat die Zugangscodes zur Hyperion Mundbasis ausgespuckt. Jemand Bock, eine Raumstation hochzujagen? Ja! Au ja, hab ich! Und so kehrten die Kammerjäger und ihre kleine Psychopathin zurück ins Ödland. Zurück in eine Welt voller Blut und Wahnsinn, die sie für einen allzu kurzen Urlaub verlassen hatten. Wiedersehen! Oh! Und in den Tagen, die dann folgten, würden sie sich erinnern. Ihre gefallenen Freunde, der Abenteuer, die sie erlebt hatten, ob real oder in der Fantasie. Und sie würden wissen, egal wie schlimm es auch kommen mochte, gemeinsam wären sie nie allein. Ich liebe euch allen! Oh! 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 Oh, das war schön! Das war wohl schön! Ach, schön. Das war ein toller DLC. Megaklasse. Und nochmal ein richtig schöner Abschluss für Borderlands 2. Ja, ja. So sollten DLCs sein. Also wirklich was ganz anderes. Selbes Spielprinzip, aber halt dadurch, dass Tina das die ganze Zeit erzählt hat. Ja, das war... Und sich Sachen verändert haben live. Das war einfach zu cool. Da brauchst du mal auch keine Erklärung für, weil sie ja sowieso irre ist. Also von daher ist es egal. Sie kann das ändern, wie sie lustig ist. Genau. Vor allem die ganzen Anspielungen. Ach, das war herrlich. Ach, das war herrlich. Ach, das war herrlich, schön. Ja, ja. Das macht echt Spaß. Warte mal. Dann kommt der Spacko. Ich glaub's ja auch nicht. Boah, Klettfett. Boah, Klettfett. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Mamamama. Mamamama. Oh, Alex Tripton war die Generic Female 2. Ach so, ja. Generic Male 3. Generic Male 2. Obreg. Obreg. Mörderlin the Wizard. Mörderlin the Wizard. Das ist auch gut. Willow Wisp, Sir Boyle, Wizard Simon. Oh ja, Simon the Sorcerer. Ja, genau. Da war schön Gehirnschmalz hinter. Das war wirklich schönes DLC. Kann ich nicht einmal sagen. Nicht so eine stumpfe Wiederholung von rennt von A nach B und bringt den mal eben um oder holt uns davon ein paar Proben oder sowas. Ja, genau. Kam zwar auch vor, aber halt in einem coolen Rahmen irgendwie. Ja, ich sag ja, wenn dann so diese Geschichte drumherum stimmt, dann macht das auch alles viel mehr Spaß. Und auf die Idee zu kommen, so ein Brett-DND-Rollenspiel nachzuspielen. Das ist richtig gut. So geil. Ja, das war jetzt unsere erste Folge, die wir diese Aufnahmesession aufgenommen haben. Ja. Grandios. Ich würde sagen, gleich haben wir Feierabend. Sieht so aus. Aber vielleicht kommt ja noch was. Ich mache mir erstmal kurz eine Siegeszigarette an. Ich mute mich mal kurz. Ja, mach das. Dann mutet er sich kurz und überlässt mir jetzt die Unterhaltung für alle die, die tatsächlich den Credits credit zollen. Das macht ja eh keiner. Jetzt kannst du alle Geheimnisse erzählen. Meinst du? Ja. Alles klar. Wermut hat mir ja letztens so im Vertrauen mal erzählt. Das darf ich aber eigentlich nicht weiter erzählen. Aber wenn er sich jetzt mutet, dann hört er mich ja jetzt eh nicht. Ich bin gespannt. Warte, erzähl mal weiter. Scheiße. Kannst du ja noch ausschneiden. Dass er letztens so einen ganz komischen Ausschlag am Hintern hatte. Und da hat er mich gefragt, was das sein könnte. Er hat mir auch extra ein Bild geschickt. Und das habe ich dann mal gegoogelt und habe nur gesagt, oh mein Gott, das hast du jetzt nicht wirklich. Das habe ich dir im Vertrauen geschickt. Es tut mir leid, aber du hast gesagt, ich soll erzählen, was ich erzählen möchte. Und das tue ich jetzt. Und du hast ja gesagt, die schalten sowieso alle ab. Also, wenn keiner die Credits guckt, ist es doch egal. Dann kann ich doch alles erzählen, was du erzählst. Wer das jetzt hier mitbekommen hat, schreibt bitte die Kommentare. Hashtag Ausschlag. Damit schleppe ich schon so lange mit mir rum. Am Anfang hat er mir das schon gleich zwischen den Folgen erzählt. Und ich habe gedacht, das musste jemandem erzählen, weil dieses Bild ist so grausam. Es hat sich mir so ins Gehirn gebrannt. Dieser kleine Arsch und dann dieser furchterliche Ausschlag da drauf. Dieser kleine Arsch vor allen Dingen. Ich hätte ja sonst Apfelpopo gesagt, das geht auch. Was? Apfelpopo hätte ich auch sagen können. Ja, ja, genau. Ich habe eher so einen Wassermelonen. Ach, Wassermelonen im Sommer ist ja okay. Der ist auch so ein Streif, weißt du? Grün, hellgrün. Der ist der Ausschlag. Der war erst früchterlich rot und mit Kruste und jetzt wird er so grün mit Streifen. Das ist so, wenn das... Der riecht auch nicht mehr gut. Oh, siehst du? So ein bisschen so Verwesung, weißt du? Oh mein Gott. Du solltest zum Arzt gehen. Ich trau mich, ich will doch dem Arzt nicht meinen Arsch zeigen. Doch, dem Arscharzt kannst du den zeigen. Oh. Wir können die Quests noch abgeben. Oh, schön. Ich muss gucken. Hey, Arschgaul. Oh, Arschgaul ist süß. Oh, bist du niedlich. Oh, bist du süß. Gute Arbeit. Ihr habt den Hexer besiegt und der Welt das Licht zurückgebracht. Kurzer Du so hart. Keine Sorge wegen der Königin. Ich bring sie selbst zurück in die Stadt. Okay. Reitet er jetzt auf ihr? Weiß ich auch nicht. Äh, war's das? Das kann's doch nicht schon gewesen sein. Ach wo? Ihr habt noch massig Nebenquests zu erledigen. Und ich hab alle Zeit der Welt. Leider nicht. Leider haben wir, glaube ich, schon alle Nebenquests. Am Stück verschluckt, finde Shorty. Ja, was ist das? Was altes? Das ist noch eine normale Quest. Och Mann, Tina. Ich muss noch gucken, was war das denn für legendäre Waffen, die du wieder großartigst übersehen hast? Drei Stück. Na, siehste. Gucke mal. Eine Shotgun. Guck mal, die geb ich dir. Oh, und die glitzert. Wobei, bist du denn überhaupt eine Prinzessin, wenn du Arschgaul bzw. Butt-Stallion heißt? Dann bist du doch keine Stute. Dann bist du doch ein Hengst. Ein Stallion ist doch ein Hengst. Ein Heng. Ein geiler Hengst. Oh nein, das ist viel zu süß. Versau mal nicht im Moment. Da reden wir noch nicht von solchen versauten Sachen. Wenn man einen Regenbogen hat und ein Einhorn. Guck mal, ich hab dir eine legendäre Waffe dahin geworfen. Nimm die und erfreu dich dran. Hinter dir. Okay, danke. Die zwei anderen hab ich behalten. Na ja dann. Können wir Arschgaul noch... Was machst du da? Ich hab grad mal nur mal testweise geschossen. Können Arschgaul auch nicht mehr füttern, ne? Tiny Tina ist die coolste Sau von allen. Guck mal hier, Arschgaul. Guck mal bitte kurz weg. Was? Nein! Du kannst so ein reines Wesen nicht irgendwie... Nein! Geh weg! Das ist das reinste Wesen überhaupt hier. Da kannst du nicht... Nein! Arschgaul, tritt aus! Benutz dein Horn! Mach irgendwas! Oh! Das ist so süß! Ja, das war's mit Borderlands 2. Liebe Leute. Ja. Es war eine sehr schöne Zeit. Du ist vorbei. Ja. Aber das Pre-Sequel kommt auch noch? Ja. Ich hab's... Aber nicht jetzt. Nein. Nein, wir wollen jetzt erstmal was anderes machen. Genau. Erstmal was anderes machen. Da muss die Lizzie aber noch ein bisschen OBS für einrichten. Ja, wir könnten auch dazu einfach loslegen. Nein! Hab dir ja gesagt. Nein! Bestehst du da echt drauf? Ja. Weil das machen wir beide bitte mit Facecam. Das kann... Wieso? Weißt du etwas, was ich nicht weiß? Was? Ja, das ist doch Horror! Ach! Ist das wirklich Horror? Ja! Da muss ein Facecam dabei sein. Ja. Ich kann dir ja gleich... Ich zeig's dir. Lizzie, ich zeig's dir gleich. Oh, du zeigst es mir gleich. Oh! Alles klar. Dann müssen wir sofort Schluss machen. Also tschüss jetzt! Okay, komm her Lizzie. Was? Was? Wir verabschieden uns. Ja, wir verabschieden uns. Oh Mann, ich weinen gleich. Die Elfe, Lizzie. Und wie seh ich eigentlich aus? Ich weiß es gar nicht. Du hast nen Bart und ne Brille auf der Stirn. Ja. Auf der Stirn? Ja, nen Bart auch. Deine Brille? Ja, die hast du auf der Stirn. Ach da. Ja, ich seh's. Meine Fliegerbrille. Flieger! Grüß mir die Sterne. Grüß mir die Sonne. Grüß mir die Sterne. Grüß mir den Mond. So. Und dann bedanken wir uns für eure Treue, die ihr immer zugesehen habt. Danke, 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 danke. Ich hoffe, ihr hattet ungefähr so viel Spaß wie wir. Das wäre sehr, sehr schön, aber ich glaube schon. Das war ein cooles DLC. Ja, ja. Echt klasse. Mayrim hat uns ja in ganz alten Folgen wie ein altes Ehepaar beschrieben. Was? Ich will die Scheidung! Was soll das denn heißen? Sind wir schon so verquarzt, oder was? Scheinbar. Jo, gib mir mal die Marmelade rüber. Wann kommen eigentlich unsere 300 Enkel zu besuchen? Dann müssen wir ganz schnell verreisen. Okay, liebe Leute, das ist fast 40 Minuten. Ach, geht gar nicht. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Wenn ihr nur Borderlands guckt, dann im Pre-Secret wieder irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich. Ja. Ja, ich befürchte schon. Es kann jetzt etwas dauern. Oder im anderen Projekt, da müsst ihr auf jeden Fall reinschauen. Ich glaube, es wird großartig. Ja. Oder schlag was vor. Nee, oh Gott. Hast du was von der E3 gesehen zufällig? Nee. Schade. Da gibt es nämlich ein Koop-Adventure von EA, was glaube ich auch nächstes Jahr rauskommt. Ja. Eigentlich ist es Couch-Koop-Splitscreen. Ja. Aber man kann es wohl auch über Internet spielen. Das ist so ein Gefängnisausbruch. Man spielt zwar Insassen und muss irgendwie aus dem Gefängnis raus. Okay. Und es sah sehr, sehr geil aus. Da muss der eine dann zum Beispiel die Wachen ablenken, während der andere irgendwas im Wäschekorb rausschmuggelt oder so. Oh, also einer muss den Arsch riskieren und der andere raut ab oder was? Da habe ich Angst. Das mache ich nicht. Ich fand das sehr großartig. Ich zeige dir das gleich mal. Ja, mach mal. Das klingt gut. Da hatte ich nämlich auch gedacht, das muss ich eigentlich mit der Lizzie spielen. Ja. Das wird, glaube ich, sehr, sehr witzig. Okay. So ich spüre, Friday the Thirteenth. Ach nee. Wenn, dann Dead by Daylight. Ah, Dead by Daylight. Das können wir auch mal wieder machen. Das stimmt. Ja. Ich kann auch Killer sein. Okay. Du bist ja eh der Killer. Ja. Killer, Killer Queen. Kennt die Melodie noch nicht. She's the Killer Queen. Da, 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 da. So. Danke. Bitte. Wir danken euch fürs Zusehen. Ja. Und auf Wiedersehen Borderlands 2. Auf Wiedersehen Lizzie bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss Jan. Vielen Dank und alles Liebe. Bist du noch drauf? Noch drauf? Ich kann nicht aufhören. Ich auch. Ich kann auch nicht aufhören. Wir machen jetzt Schluss. Okay. Wir machen jetzt Schluss. Aus. Macht's gut. Tschüss Jan. Tschüss. 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 Tschüss.